Mikel Landro ist ein ehemaliger französischer Fußballspieler. Kein anderer Spieler hat es auf mehr Einsätze in Frankreichs erster Liga gebracht als der Torwart, der zuletzt beim SC Bastia unter Vertrag stand und in den letzten Wochen seiner Zeit als Spieler auch noch Mitglied des französischen Weltmeisterschaftsaufgebots war. Karriere Verein, der im Département Leure Atlantique geborene Mikel Landro spielte als Kind in Aton-Onretz und Saint-Sebastien-sur-Leure-Fußball 1993 fand, der Torwart Aufnahme in der gleichfalls nahe seinem Geburtsort gelegenen Jugendsportschule des FC Nantes. Für die Canaris, so die in Frankreich verbreitete Bezeichnung dieses Vereins, bestritt er bereits 1996 als gerade ein 7-Jähriger. Sein erstes Spiel in der Division 1. In den nächsten zehn Jahren versäumte er kaum eine Pflichtbegegnung, absolvierte bereits im Juli 2005 sein 300. Punktspiel und war ein wichtiger Rückhalt seiner Elf bei ihren Erfolgen um die Jahrtausendwende. 1999 und 2000 gewann er mit dem FC Nantes jeweils den französischen Pokal, 2001 auch die Meisterschaft. Landro war vor allem auf der Linie stark, besaß gute Reflexe und eine überraschende Kaltblütigkeit in gefährlichen Situationen Eigenschaften, die ihm insbesondere zu seinem Ruf als Elfmetertöter verholfen haben. Was er schon in seinem allerersten Ligaspiel bewies und was 2002 selbst ein Ronaldinho schmerzlich erfahren musste. Bis Ende November 2013 hat er alleine in Punktspielen 18 Strafstöße pariert, außerdem hielt er selbst scharfe Schüsse meistens fest. Seit einigen Jahren auch Mannschaftskapitän, besaß Mick den Rückhalt seiner Mitspieler und war erklärter Liebling der Anhänger. Seit Jahren schon kursierten regelmäßig vor Saisonende Gerüchte über einen Wechsellandrus zu einem großen Klub. Aber der hatte allen Angeboten widerstanden. Erst mit 27 Jahren hat er seinen Vertrag nicht mehr verlängert, sondern nach 13 Jahren beim FC Nantes die Region an der Leuremündung zum ersten Mal verlassen, um ab der Saison 2006-07 für Paris Saint-Germain das Tor zu hüten. Bei seinem letzten Auftritt als Canary im Stade de la Baugioa dankten ihm die Fans diese selten gewordene Vereinstreue und verabschiedeten ihn mit stehenden Ovationen. 2009 hat Landru einen Dreijahresvertrag beim OSC Lille unterschrieben, wo er sich gleich beim Auftakttraining so schwer verletzte, dass er eine mehrmonatige Spielpause in Kauf nehmen musste. Dennoch kam der Torhüter im Verlauf der Saison 2010-11 anlässlich des Heimspiels gegen den FC Toulouse zu seinem 500. Einsatz in der höchsten Spielklasse und fand als erst 19. Fußballer in der fast 80-jährigen französischen Profigeschichte Aufnahme in den 500er-Club. Im Februar 2011 hatte er seinen Vertrag beim LOSC bis 2014 verlängert. Seine Karriere fand im Mai 2011 mit dem Gewinn des Dabel einen weiteren Höhepunkt, nach eigener Aussage seine vollendetste Saison. Dennoch beendete Landru Anfang Dezember 2012 seinen Vertrag mit den Dock auf eigenen Wunsch vorzeitig und unterschrieb kurz darauf für zunächst sechs Monate beim Erstliga-Aufsteiger SC Bastia. Diesen Vertrag hat er anschließend um ein Jahr verlängert. Mit seinem 602-Einsatz in Frankreichs höchster Spielklasse stellte der Torwart inzwischen auch Mannschaftskapitän der Kossen. Am 1. Dezember 2013 den fast 20 Jahre alten Liga-Rekord von Jean-Elouci Ettori ein. Letzterer schoss als Kiste der gegenseitigen Wertschätzung Landru vor Beginn des Spiels zwischen Bastia und dem FC Levian Tonon Gajad im Stade. Armen Cesari warm. Drei Tage später absolvierte Landru sein 600-3. Liga-1-Spiel und wurde damit alleiniger Rekordhalter. Ausgerechnet dieses Jubiläumsspiel gegen den kursischen Rivalen AC Ajaxio fand allerdings unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, weil der Liga-Verband Bastia und Ajaxio wegen vorangegangener Ausschreitungen dazu verurteilt hatte, ihre beiden aufeinandertreffen in der laufenden Saison außerhalb Korsikas und vor leeren Rängen auszutragen. Im Juli 2014 hat Michel Landru, der 2003 und 2013 auch zweimal als bester Liga-1-Torwart mit der Etoile d'Or ausgezeichnet worden war. Nach 18 Saisos mit 618 Einsätzen in der ersten Liga seine Spielerkarriere beendet. Station Etoile Athornese Groupman Sportiv de Saint-Sebastien S.U.R. Leure FC Nantes Atlantique 335 Erstliga-Einsätze Paris Saint-Germain FC 114 Erstliga-Einsätze Lille Olympique SC 119 Erstliga-Einsätze Sporting-Club de Bastia 50 Erstliga-Einsätze Nationalmannschaft Michel Landru hat ab Juni 2001 Elfländerspiele für die Equipe Tricolore bestritten und dabei zwei internationale Titel gewonnen, nämlich den Konföderationen Pokal 2001 und erneut 2003. Bei der Europameisterschaft 2004 gehörte er zum französischen Kader, kam aber nicht zum Einsatz, ebenso wie bei der Weltmeisterschaft 2006. Sein elfter und letzter Einsatz in diesen Kreis erfolgte im November 2007 gegen Marokko. Im Mai 2010 wurde Landru von Nationaltrainer Raymond Domenech in den vorläufigen Kader zur Fußball-Weltmeisterschaft 2010 berufen. Bei der erforderlichen Kaderreduzierung strichte Omenech den Torhüter jedoch wieder aus seinem Aufgebot und die jüngeren Cedric Carasso, Hugo Joris und Steve Mandanda erhielten den Vorzug. Im Spätsommer 2012 nominierte der neue Nationalcoach Didier Deschamps Landru überraschend für zwei WM-Qualifikationsspiele. Als dritter Torwart hinter Joris und Mandanda war Landru wieder regelmäßig bei den Blöß dabei und nahm, wenn auch erneut ohne Einsatz, auch an. Der Weltmeisterschaft sind Runde in Brasilien teil, Palmares, französischer Meister 2001-2011, französischer Pokalsieger 1999-2000-2011, Elferländer Spiele, Confederations Cup Sieger 2001-2003, Einsatzrekordhalter in der Liga 1 mit 618 Spielen, Etoile d'Or 2003-2013. Leben nach der Zeit als Spieler Landru hat sich bereits während seiner aktiven Zeit auf das Leben danach vorbereitet, ein Hochschuldiplom für Führungskräfte in Sportorganisationen erworben und einen Masterabschluss in Trainingslehre erreicht. Um den Jahreswechsel 2014-2015 beendete er eine weitere Ausbildung für Manager an der ESCP, Frankreichs ältester Wirtschaftshochschule. Ab 2015 möchte er, der bereits mehrere Trainerscheine sein Eigen nennt, auch noch die Ausbildung zum Übungsleiter im professionellen Fußball absolvieren.